und da sind wir wieder zurück zu Mass Effect und jetzt habe ich mal das Spiel neu gestartet inzwischen und ich glaube jetzt sind die Texturen auch etwas hochwertigere, höherwertigere, besser, sagen wir besser, nicht mehr ganz so mattig, auch die Rüstung sehen jetzt wieder ein bisschen besser aus, nehme ich mal an. They tried to build a life here, but now all they have are ruins. Mann, ja, deshalb sollte sich das jetzt etwas angenehmer anschauen lassen. Oh, hier ist was zu holen. Ein Upgrade-Kit. Cool. Tungsten und Proton-Rounds. Und noch da. Decryption habe ich nicht, naja dann halt nicht. So ist das. Okay, jetzt muss ich jetzt zurück und in den Tunnel, oder die Tunnel. So, ich habe mein Mikro ein bisschen verdreht. So, so muss es dann besser sein. Da geht's lang. Oh. Moment mal. Presently. Ja. Du, 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 du. Hallo. Oh Gott, sie sind überall. Wie? Ja. Ja. Oh Gott. Es Cop. Weber. Er wird eliminiert! Pistole Was spricht denn überhaupt für eine Kessler 4, wenn die Stinger 2 schon wesentlich besser ist? Schießt die schneller, hat sie mehr Schuss? Egal! Who cares? Great! Können wir hier noch so reinpacken? Okay Zu mir noch Aha Aha Achso, haben wir schon die nächste bessere Stufe Nein, nein, nein Äh 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 So viel Hardening Hm Oder mal Damage Protection Das wäre natürlich auch nicht schlecht Cooldown Reduction Shield Ich glaube ich nochmal First Aid hier Ich glaube ich nochmal First Aid hier Back Und Squad Cool Combat Armor First Aid Was macht das hier? Er erhöht den Damage Er erhöht die Lebenspunkte Oh, was war das hier da? Sehr gut Ich leh Button Damage 1% Und das hier Und Liara Und weiter geht's Das schreit doch geradezu nach einem Überfall Das schreit doch geradezu nach einem Überfall Das schreit doch Gut, 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 gut Gut, gut Gucken wir was hier jetzt rauskommt Gucken wir was hier jetzt rauskommt Gucken wir was hier jetzt rauskommt Gucken wir jetzt auch hier hin Gucken wir was hier hin Zulus Hop Gucken wir was hier hin Gucken wir alles hin Gucken wir jetzt hin Was? Sprengen wir mal mit Ian Newstead. They're not for B Kane. What's the matter with you? Just invoking the master's whip, helps remind me I'm still alive. You're here for the geth aren't you? You're not the only one interested in those things. Who else is looking for the Geth? Not looking for. Looking to get rid of. There are thorns in the side of the... I'm trying to get to the... Let's leave him. There's nothing we can do for him. Is there anything I can do to help you? Do you even want help? Help me? No. No one can help me now. I'd rather die fighting! Fighting what? Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle... Time's up. Company's coming. Ask Fidan. Ask him about the... Look out! Oh. I think we got him, Commander. I think we got him, Commander. Da gibt's schon auch nix. Da gibt's schon auch nix. There's another one. Doesn't look like it's been activated yet, though. We should keep looking. Woher kann ich denn von hier? Muss einfach besser aufpassen. Hallo? Woher kann ich denn von hier? 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 Kräfte das Ding mal an! Könnte ich mir auch noch mit reinziehen, ne? Quick save field, na gut, dann kommt hier noch ein bisschen was Oh Uh oh I'm better now. Danke. Gucken wir uns die Dinger mal an. Ja, kann man mal machen. Und dann...Sniper. Oh. Das nehme ich auch. Jetzt haben wir noch so Weapon Stability, das kann nicht schaden. Achso, Pistole, ne? Nee, Sniper. Ach hier. Krieg. Und dann... Ich mach mal so. So, ist egal. So wollte ich das. Okay. Na, so. Hm. Oh, oben nicht. Okay. Okay. Ein Omnitool. Okay. So, sieh. So, ist es. So, wie... So, wie in der Dinger ist.